Hallo und herzlich willkommen bei StuntArt. Ich freue mich sehr, Sie heute hier in der Lucy Bar vom 21er Haus begrüßen zu dürfen. Willkommen, Verena Altenberger. Hallo. Frau Altenberger, als Sie vor zehn Tagen kommuniziert wurden als neue Bullschaft unter Lars Eidinger als neuer Jedermann, da war die Erregung doch recht groß. Sie wurden ins Fernsehen eingeladen, haben unzählige Interviews gegeben, jede größere Zeitung hat einen Bericht darüber gebracht. Wie gehen Sie denn mit dem Rummel um Ihre Person um? Also eigentlich war ich in erster Linie sehr froh, dass der Rummel eingesetzt hat, weil bis zu dem Moment, als es kommuniziert war, habe ich mir immer noch gedacht, vielleicht habe ich es mir eingebildet. Also jetzt ist es offiziell, jetzt bin ich froh, jetzt kann ich auch drüber reden, deshalb ich bin einfach froh, dass das jetzt so ins Rollen gekommen ist und dass es jetzt losgeht. Sie wussten jetzt auch schon länger, dass Sie mit Bullschaft stehen waren? Ja, nicht so lange wie der Lars, der weiß es ja glaube ich schon seit eineinhalb Jahren oder so. Ich weiß es zwei, drei Monate, aber trotzdem, ich war einfach froh, dass es jetzt raus ist und dass ich drüber reden darf und auch einfach, dass jetzt die Arbeit anfängt irgendwie, das gehört ja auch irgendwo mit zur Arbeit und ich bin einfach froh, wenn ich arbeiten kann, weil dann bin ich auch weniger nervös und dann habe ich das Gefühl, jetzt passiert was, jetzt tue ich was. Insofern finde ich das ganz gut. Es ist ja ganz interessant, Sie sind ja Salzburgerin, also Salzburg-Land. Ich glaube, in der Geschichte von der Bullschaft gab es schon länger keine Salzburger Bullschaft mehr. Welches Verhältnis haben Sie als Salzburgerin zu Jedermann? Ich glaube, es ist schon nochmal besonders, wenn man aus Salzburg kommt, weil das Stück einfach so mit der Stadt auch verwachsen ist. Also die Festspiele an und für sich ja sowieso, also jeden Sommer verändert sich diese Stadt um 180 Grad. Also das ist eine Stadt, die man nicht wiedererkennt im Sommer und das kriegt man ja mit, wenn man da aufwächst. Und dann gerade der Jedermann ist ein Stück, das man ja auch in der ganzen Stadt mitbekommt, wo die ganze Stadt irgendwie Kulisse ist dafür und mitspielt. Und egal, ob man an dem Abend irgendwo an der Salzach sitzt oder durch die Getreidegasse geht, man hört, der Jedermann wird gerufen und das sind so Gänsehautmomente, die man, die man halt so richtig in der DNA hat, wenn man aus Salzburg kommt, weil man das einfach jedes Jahr mitkriegt. Jetzt der Jedermann, das ist ja ein bisschen ein zwiespältiges Stück, würde ich sagen. Also ein katholisches Mysterienstück in den 20er Jahren von Hoffmannsthal geschrieben, auch ganz klar als Gegenstück zur Moderne. Finden Sie es heute noch zeitgerecht oder ist das ein bisschen ein Anachronismus, dieses Stück? Für mich ist der Jedermann ein bisschen wie eine Langzeitstudie. Im Sinne von, da gibt es ein Stück, das wird seit 100 Jahren aufgeführt. Das ist ja fast schablonenartig geschrieben. Also die einzelnen Rollen stehen alle für etwas, sind wie Blaupausen von Rollen eigentlich. Und dann hat jede Regie, alle Darstellerinnen einfach jedes Jahr die Möglichkeit zu schauen, was wollen wir in unserer Zeit mit dem Stück erzählen. Und durch die Langzeitstudie kann man sich das eben auch anschauen, also den Wandel der Zeit einfach anhand dieses Stückes. Das macht es irgendwie einerseits modern und andererseits natürlich anachronistisch. Also ich finde das aber sehr reizvoll. Ich mag es auch, etwas Altes zu nehmen und zu schauen, wo hat es denn Aktualität und was wollen wir heute damit erzählen. Ich finde, man muss, um etwas heute erzählen zu können, nicht das heute geschrieben haben. Sie sagen, jedes Jahr, jede Inszenierung erzählt eine bestimmte Sache oder erzählt etwas Bestimmtes mit diesem Stück. Was möchten Sie denn mit Ihrer Bullschaft erzählen? Weiß ich noch nicht genau, weil ist natürlich dafür der Probenprozess da und das ist ja auch etwas, was man gemeinsam erarbeitet und sich nicht zu Hause im stillen Kämmerlein ausdenkt und dann einfach so präsentiert. Aber natürlich tauchen bei mir bestimmte Fragen auf, wenn ich das Stück lese und wenn ich über die Rolle nachdenke. Und also ich habe versucht, das in einem zitierfähigen kurzen Satz zu formulieren. Dann würde ich sagen, das ist so eine Art feministisch-emanzipatorisches Coming-of-Age. Das müssen Sie jetzt etwas genauer erklären. Vor allem das Wort feministisch unter jedermann. Wie soll das zusammengehen? Also gerade bei Feministisch habe ich das Gefühl, dass das gerade in den letzten Jahren, wo ich auch angefangen habe, also in den letzten 10, 15 Jahren, wo ich angefangen habe, das Stück auch bewusster wahrzunehmen, schon immer ein Thema war. Also es ist ja keine Frau, die irgendwie, oder es wurde schon länger nicht mehr dargestellt, als eine irgendwie am Rockzipfel des Mannes hängt und alles für ihn tun würde. Also diese Frau hat ihre Grenzen, ganz offensichtlich. Was mich interessiert ist, also da ist eine Frau, die liebt einen Mann. Aber sie liebt ihn irgendwie nicht genug, um für immer mit ihm zu gehen, um für ihn zu sterben. Also lassen wir das da hingestellt, ob das dann Sterben ist oder was die Bedeutung davon ist. Also ist das irgendwo vielleicht nicht diese eine große Liebe. Liebe. Und wenn sie das nicht ist, warum kann sie das nicht sein? Für mich hat Liebe sehr viel mit einer Begegnung auf Augenhöhe zu tun. Und da frage ich mich, was steht dieser Liebe in dem Fall im Weg? Und das könnte sein, da ist ein Mann, der ist ein bisschen älter als sie, der ist vielleicht gebildeter als sie, der hat einen anderen sozialen Status, der ist reicher als sie. Das heißt, ich frage mich, sind da Abhängigkeiten? Warum begibt sich eine Frau in diese Form von Beziehungen, in diese Abhängigkeiten? Warum interessiert ein Mann eine Frau, die abhängig von ihm ist und ihm nicht auf Augenhöhe begegnet oder begegnen kann? Könnte sie das vielleicht, unterschätzt sich aber selber. Wo sind Ängste, wo sind Abhängigkeiten? Und was bedeutet das Auflösen der Beziehung dann? Ist das dann eine Zerstörung der Frau? Ist das vielleicht eine Chance für die Frau? Ist das ein Lösen, wo sie sagt, oh mein Gott, Moment, ich wollte ja eigentlich was anderes. Wer bin ich denn? Was will ich denn vom Leben? Also diese ganzen Fragen kommen mir einfach, wenn ich das Stück lese. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, dann mussten Sie sich die Kultur auch wirklich erkämpfen. An der Schauspielschule, an dem Max-Reinhardt-Seminar wurden Sie ja abgelehnt. Da gibt es ja auch eine ganz interessante Anekdote. Sie kamen mit dem Reklamheft zur Aufnahmeprüfung. Das hat natürlich nicht so einen tollen Eindruck gemacht. Warum haben Sie sich aber nicht davon abschrecken lassen? Viele andere hätten gesagt, okay, es war ein Traum, ich studiere jetzt. Ich glaube, Sie haben das auch Publizistik. Naja, also ich habe mich insofern nicht davon abschrecken lassen, weil ich ja in diesem Moment dieser verkackten Aufnahmeprüfung am Max-Reinhardt-Seminar, ich muss immer dazu sagen, ich wurde dann im Endeffekt angenommen an der Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien. Man hört immer so oft das Max-Reinhardt-Seminar, weil ich dort nicht genommen wurde. Ich wurde dann aber genommen an der RUG. Das Problem ist, in Österreich kennt man nur das Max-Reinhardt-Seminar. Ja, es gibt eine andere ganz tolle Schule in Wien. Auf jeden Fall, nach dieser misslungenen Aufnahmeprüfung habe ich ja festgestellt, dass das nicht Schicksal oder was auch immer oder Unfairness war, dass ich da nicht genommen wurde. Ich habe ja festgestellt, ich war einfach nicht gut genug. Also ich war nicht gut genug vorbereitet. Ich hatte bis jetzt irgendwie keine Ahnung, was dieser Beruf überhaupt soll und will von mir. Und also ich kam da auch wirklich an, wieso, ich versuche mich nicht dafür zu schämen, aber im Endeffekt schäme ich mich ein bisschen dafür, auch so viel zu stark geschminkt und so, wie man sich so, man kommt vom Land in die Stadt und so stellt man sich vor, sind Schauspielerinnen, stimmt natürlich alles überhaupt nicht. Und insofern habe ich einfach gemerkt, ich habe Bildungslücken in diesem Bereich. Ich habe eine völlig falsche Vorstellung davon, was dieser Beruf ist, was man für diesen Beruf mitbringen muss, was dieser Beruf von einem erwartet. Und dann habe ich angefangen, diese Bildungslücken zu schließen. Und das war die Arbeit, die ich geleistet habe dafür. Ich habe dann eben erst Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Wien studiert, habe dieses Studium auch geliebt und auch abgeschlossen, aber die Zeit genutzt, um einfach anzufangen, ins Theater zu gehen, anzufangen, mir diese vielen tollen österreichischen Filme anzuschauen, die es gibt. Ich bin dann teilweise auch zum Beispiel in die Bibliothek von den Theaterwissenschaften gegangen, weil man sich dort Drehbücher ausleihen kann und habe mir die Filme dazu angeschaut und parallel das Drehbuch gelesen, weil das ja wie eine neue Sprache ist, die man lernen muss irgendwie. Ihre Anfänge liegen im Theater. Also Sie haben die Schauspielschule gemacht, Sie waren dann am Burgtheater in der Jungenburg engagiert, dann am Volkstheater engagiert. Mittlerweile drehen Sie aber fast ausschließlich nur mehr Filme. Also mir werden jetzt keine Theaterstücke in den letzten Jahren bekannt, wo Sie mitgespielt haben. Ja, genau so wie Sie sagen. Also ich habe am Theater angefangen. Es ist ja auch nach wie vor fast jede Schauspielausbildung ist eigentlich eine Theaterausbildung, auch wenn die Muck einen ganz guten Filmschwerpunkt hat. Im Wunsch war alles immer dasselbe. Also Schauspielerin mit allem, was dazugehört. Und eigentlich ist für mich das Medium so ein bisschen nachrangig. Also ich schaue mir an, welche Geschichte möchte ich erzählen, welche Rolle interessiert mich. Ob das auf der Bühne, im Kino oder im Fernsehen ist oder im Streamingdienst, ist mir eigentlich ziemlich egal, ehrlich gesagt. Es war dann einfach zufällig so, dass vor vier Jahren mit Die Beste aller Welten mir Adrian Goiginger, unser Regisseur, sehr viel Vertrauensvorschuss gegeben hat mit dieser Rolle, weil das eine Rolle war, die ich bis dahin noch nicht mal annähernd so gespielt hatte. Und durch dieses Mich-auch-Beweisen einfach im Film ist es so gekommen, dass mir im Film sehr viel interessantere Rollen zugetraut wurden, sehr viel forderndere Rollen zugetraut wurden. Und deshalb habe ich mich in den letzten vier Jahren dann immer für die Filmrolle entschieden, die mir angeboten wurde und nicht für die Theaterrollen, die mir weniger, aber doch auch angeboten wurden, bis Bettina Hering angerufen hat. Sie haben es angesprochen, Die Beste aller Welten. War das so etwas wie ein Glücksfall in Ihrer Karriere? Also wer den Film nicht kennt, Sie spielen da eine drogenabhängige Mutter, die sich aber sehr liebevoll um ihren Sohn kümmert. Der Film wurde mit Preisen überhäuft. Wirklich ein ganz, ganz toller Film. Hat sich da auch in Ihrer Karriere mit dieser Rolle ganz was Entscheidendes geändert? Alles hat sich geändert mit dieser Rolle, absolut. Also das war mein größtes Glück, dass der Adrian Goiginger mir diese Rolle zugetraut hat und mir diese Verantwortung und dieses Vertrauen gegeben hat. Und dann war es auch einfach eine gemeinsame, gute Arbeit, die wir da gemacht haben. Also man muss sich des Vertrauens dann ja auch würdig erweisen. Und ich glaube, wir haben uns gegenseitig sehr viel geschenkt in diesem Film. Jetzt ist die Beste aller Welten ein Arthouse-Film. Wenn man sich Ihre Filmografie aber anschaut, dann ist die sehr, ich würde mal sagen, sehr bunt. Also eben von der Beste aller Welten bis zu Magda macht das schon. Ich muss jetzt auf meinen Spickzettel irgendwie schauen. Das ist eine RTL-Comedy. Ich habe gestern kurz reingeschaut. Also es hat wirklich mit der Beste aller Welten überhaupt nichts zu tun. Dann gibt es David Schalko, mit dem Sie gedreht haben. Dann gibt es den Polizeiruf. Dann gibt es Tatort. Also wie gesagt, Sie sind wahnsinnig vielseitig. Sie machen sehr viele unterschiedliche Sachen. Jetzt, wenn man sich das aber aus einer karrieretechnischen Perspektive überlegt, ist das ja oft nicht so wirklich gescheit. Oh Gott, wirklich nicht? Oh Gott. Ich würde das jetzt einfach mal behaupten, weil natürlich auch die Filmbranche oder auch die Theaterbranche so ein gewisses, gerne ein klares Bild von einem Schauspieler, von einer Schauspielerin hat. Haben Sie auch dieses Gefühl? Offensichtlich nicht, dass das ein Hindernis auch ist für die Karriere? Oder hat es Ihnen bis jetzt eher zum Vorteil gereicht? Ich würde sagen, das war bis jetzt mein Vorteil. Ich würde es aber auch nicht anders wollen, selbst wenn es jetzt nicht unbedingt einen Vorteil bringen würde. Ich möchte mich einfach nicht festlegen. Mir macht sehr viel unterschiedliches Spaß. Und ja, mein Herz schlägt vielleicht noch mehr für das Drama, so wie es jetzt die Beste aller Welten war. Aber mir macht Magda zu spielen auch so unfassbaren Spaß. Und jede dieser Rollen hat ja ihre Eigenheiten und ihre Qualitäten. Und da voll einzutauchen und die Abwechslung macht auch für mich einfach die Lust und die Freude an dem Beruf aus. Und ich glaube, es wäre auch für die Seele gar nicht so gut, wenn man jetzt einfach zwölf Monate im Jahr irgendwie böses Arthauskino dreht. Und mir tut es einfach ganz gut, die Abwechslung zu haben. Und umso mehr freue ich mich danach wieder auf die ganz tiefen bösen Orgenrollen. Also ich liebe das so. Und ich bin sehr froh, dass der Zufall das so gewollt hat, dass Magda und die Beste aller Welten in einem Jahr publiziert wurden. Und ich dadurch irgendwie gesagt habe, okay, ich könnte mich jetzt in diesem Rahmen bewegen. Bitte, ich würde es auch gerne. Dann schauen wir nur auf das Jahr 2021. Mit welchen Gedanken gehen Sie in das neue Jahr? Oh, wow. Naja, also ist natürlich echt gerade eine seltsame Zeit für alle. Und ich hatte wahnsinnig viel Glück dieses Jahr, auch beruflich. Ich konnte ab Mai wieder arbeiten. Ich konnte in Deutschland drehen. Ich konnte alle Projekte, die angesetzt waren, obwohl sie mal kürzer, mal länger unterbrochen waren, zu Ende bringen. Ich habe diese tollen Neuigkeiten mit dem Jedermann bekommen. Also ich hatte wirklich so viel Glück. Aber ganz viele andere hatten nicht so viel Glück dieses Jahr. Und ich hoffe einfach, dass wir 2021 alle zusammen hinbekommen, dass die Solidarität noch größer wird. Und nicht nur, dass die Kultur wieder voll da ist, sondern dass auch der Sozialstaat wieder voll da ist. Dass wir diese Krise... Ich finde nie, dass eine Krise was Positives hat. Und vor allem nicht diese Corona-Krise. Aber dass sie zumindest dafür gut war, dass man im Nachhinein etwas Positives daraus mitnimmt. Das sind meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Gedanken, wie ich in 2021 gehe. Dass ich mir einfach denke, bitte noch mehr, noch viel mehr Solidarität. Und vielleicht jetzt halt doch ist jetzt die Zeit, um etwas zu ändern, um den Hyperkapitalismus einzubremsen, um endlich Moria aufzulösen. Und zwar anständig. Um vielleicht ein europäisches Grundeinkommen durchzusetzen. Was kann ich noch reinpacken in dieses Interview? Das sind große letzte Worte. Danke, Verena Altenberger, für dieses Gespräch. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.